Bei dir auch? Bei mir fliegt hier oben eins. Nein, hast du deine Medizin genommen? Oh, das heißt, die kommen doch gleich lang. Ich sehe sie sogar. Die laufen genau dahinter lang. Einmal getroffen. Einmal getroffen, beide. Ein anderer Treffer. Ein hinter dem Zaun. Habe ihn getroffen. Einmal hinter dem Zaun. Ein habe ich down. Beide down. Die waren so offensichtlich an dem Zaun. Das ist Wahnsinn. Kurz durch pushen. Vorsicht. Ich habe ihn getroffen, der hier draußen ist. Oh mein Gott. Ich bin low. Er ist tot. Boom, baby. Die Pistole hätte ich gerne. Ja, am Zaun. Er ist tot. Was ist los mit diesen Leuten? Oh, einer ist hier bei mir. Scheiße, einen sehe ich genau vor mir. Einer ist hinter dir außen rum. Ja. Hab ihn. Also da rein. Nein, hinter dir. Direkt vor dir. Unten drauf. Bin verwundet. Ja, ich habe ihn angeschossen, aber ich habe nur eine Schrupfung gehabt. Muss mich heilen. Oh, fuck. Bin auch verwundet. Oh, ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn erwischt. Irgendwas explosiertes hat mich erwischt. Ja. Noch einer unter mir. Ich könnte pushen, oder? Erwischt. Schieß auf ihn. Ah, scheiße. Hallo. Ja, ich pushe jetzt, okay. Ja, los. Ich... 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 Ich komme hier nicht rüber. Hab ihn. Nein, mein... Mein Gott, ich pushe. Hab ihn. Gut. Bist du genau... Genau das machen wir hier. Jetzt. Ich höre, glaube ich, noch einen. Ich brech die Tür hier auf. Ist noch ein zweiter. Vorsicht. Wer schießt da? Er ist tot. Dann wird es da gerade verreckt, glaube ich. Ne, er läuft weg. Nein, ich habe in der Armbrust gejokt. Der war aber unterwegs, alter. Ich glaube, Nitzels Gefängnis. Ich glaube, bei mir ist einer. Ist tot. Fuck. Einer ist rechts, einer ist links, einer ist bei der roten, einer bei der weißen Hütte. Pass auf. Die Frau ist down auf der Seite. Dein Buddy rennt hin, will ihn retten. Hab beide. Kann es pushen, gucken, was die hatten. Er pusht. Ja, warte ich. Wahrscheinlich auch. Ah, scheiße. Hier oben auf dem Dach. Oh mein Gott. Hab einen. Scheiße, bin runtergefallen. Hab zwei. Hast du eine Pistole mit Magazinerweiterung von dieser halbautomatischen? Nein. Oh, doch, ja. Ja. Ja, da liegt nämlich auch noch eine sonst. Ah, Treffer. Nagant Officer, die... schießt relativ schnell. Warte. Ja. Vorsicht, der Steckung ist links. Einer ist links, einer rechts. Ja. Einer wird mich, glaube ich, pushen. Einer kommt auf der rechten Seite. Ich habe links im Visier. Ja, ich... Der war aus den Augen verloren. Beide zu dir kommen. Ja, und den habe ich gut erwischt. Hive geht zu denen. Ja. Wirst du gleich links raus. Und die machen die Hive down. Einer geht... Einer geht links und dann... Da kommt ihr also nicht mehr lang pushen und kriegen wir die selber. Einer hat die Schwammbombe am Arsch. Einer ist da und nur einer... Einer. Ich hab... Den habe ich gesehen, ja. Wo ist der andere hin? hinter mir hinter meiner erdwand war noch hinter mir glaube ich ja hier bei mir hab ihn da ist jemand ich habe ihn gehört ein spieler die richtung kassiert einer ist tot einer hat mich ist am zaun in der lücke sorry aber ich kräfte ich jetzt einfach wieder hier gehen wir dann ich will kurz hier bleiben und eine leiche abschneiden nicht dass die anderen wiederbelebt ja baby ich glaube langsam haben wir den server ausgeschaltet ich sehe ein tot was einer war das 2 also ich habe nur einen gesehen da oben hinter dem heu tot hat auf uns geguckt liegt dahinter diesen heu kann jederzeit wieder aufgehoben werden ich die laterne darüber an die laufen jetzt hier weiß ich sie durch den bursch hab ein das waren die die abgehauen sind ein habe ich nicht genau vor mir der andere kommt gerade diesen weg da irgendwo oben entlang wieder ab beide hab ihn schallgedämpft ist sniper winfield kann oben sein vergisst das nicht hier ist noch nicht der hat eine lebe die würde ich nehmen wenn ich glaube die level ein habe ich sehen hier da wasser ist tot der muss gegenseitig gekippt einer läuft ja auch mal auf vorne rum die kommen jetzt die treppe hoch einer ist tot liegt auf der treppe vor und zwei spieler einheiten hätte gekommen sind im wasser der andere läuft jetzt da rechts da rechts ins schilf da rechts der andere ist ein weißer läuft jetzt irgendwo irgendwo im schilf vor uns ok da oben links habe beide ist jetzt kassi jetzt kassi in die alle one shots scherz spieler ich sehe ich habe ihn sogar angeschossen sehr slow ja da sind zwei bei mir ist jemand ich habe mir jemanden gehen einer ist tot ich sehe sie laufen unten drittel lang einer ist tot dein buddy ist tot hat eine mosin da wo ich markiert habe ich auch gestorben ungefähr gott verdammt habe ihn getroffen ab ihn der ist ein buddy aufgehoben ramski hat den heady gedrückt was jetzt habe ich gehört ja die laufen jetzt weiter nach hinten hab einen gehittet oh da hat mich auch gehittet komm Zombies von rechts einer ist tot der sitzt da im gebüsch ist tot von hinter uns auf dem gebäude hinter uns ja genau da hatte ich hingesehen hab einen der zweite ist immer noch da oben ich pushe dahin jetzt ist ja scheiße wenn wir uns in die ecke gedrängt werden von zwei leuten zwei teams als opener hab irgendjemanden getroffen hab einen zweiten der läuft dahinter lang ich sehe ihn da unter bis hin und her gucken ich weiß noch nicht wie viel da oben drauf jetzt im ja ein treffer daneben bei mir ich löche einfach die scheißhörte ich pushe und versuche einfach eine granate reinzuwerfen die laufen in den busch rechts wir sehen wir versuchen uns zum laufen ja dann pushe ich einfach von links mhm die wollen abhauen ich höre das Schiff also das Boot lol ja die hauen ab die sitzen auf dem Schiff einer ist tot der ist genau hinter mir also da ich seh ihn sogar der hat ne Schrotflinte ach du scheiße der hebt sein Buddy auf oder so oder doch nicht ok nicht der Böste aber immerhin oh natürlich kommt er mit das Spektrum die Ecke der müsste bei dir dann hab ihn alter Leute hört man auf ich will hier einmal in Ruhe was looten oder so was ist das für ein Spawn hier wir haben zwei Bosse hier was ist da Spiele wo nein ok du hast ein Zombie abgeknallt war ein Zombie hier achso ja tot danke Kollege hier nette Waffen aber brauchen wir nichts scheiß Waffen ich weiß dass da oben irgendwo einer dritt der hat sich einer ist tot hier unten ist einer deswegen bin ich schon drin während einer schon tot ist oben hab ihn wir sind safe sieh ein am Fenster headshot geh dass wir den so oft verfehlt haben ich blute ich blute ich glaube eine Etage darunter aber ich habe keine Vision mehr hab ihn ich hole mir mal auch kurz zwischen ok ja sind da drin nicht rein pushen da ist eine Stolperfalle ok ist clear ja die andere Tür ist verbarrikadiert bei Stolperfallen Vorsicht aber die hyper mich jetzt danke muss nachladen ich verbinde mich kurz ja hab ihn auf jeden Fall einmal getroffen hat eine Armbrust läuft da lang mit dem was fällt sehr vorsichtig hab ihn einmal getroffen ich weiß nicht wo sein Buddy ist sein Buddy hat nämlich keine Armbrust au das haben wir getan die laufen durchs Wasser genau vor mir und einer läuft genau an der Seite an mir entlang einen habe ich da lang links von dir oh fuck nicht getroffen nicht getroffen kommt schon Gewehr enttäuscht mich nicht wirklich und versuchen wir ich schieße wenn er den Hinweis loot hat einer ist down ich gehe nach unten oh mein Gott der eine sitzt auf den Holzbrettern drauf oben auf diesen I see tot das ist Stacheldraht oder Stolperdraht 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 ja was ja Stacheldraht oder Stolper Stachel Stolper einer ist tot Stolperdraht voller einen habe ich einer ist angehittet der rennt jetzt nach da weg ich pushe jetzt das ist mir scheißegal hab einen beide oder kann gut sein dass die auch kein heilzeug mehr hatten ja ich weiter heilen einen habe ich ich sehe den Scharfschützen der sitzt da auf dem anderen Ufer ab beide genug der Scharfschütze ist da am Zaun eine und einer ist recht close einer ist sogar schon hier oben bei mir ich bin nur unter dir ok beide sind da unten wir sind beide hinter diesem komischen Gebäude und einer geht hier außen rum nicht schlecht fuck ich weiß zwar nicht warum ich brenne aber Help me ja ja ich hab hier noch oh der lebt noch ja ja ich hab hier noch oh der lebt noch Baby hast du gut gemacht hab ich mit TNT bekommen ich glaube da kommt noch jemand auf uns zu doch ok dann ich würde nicht du brennst mich auch mit ab ok gut gemacht oh mein gott ist tot was für ein Wichser auf dem Dach läuft auf dem Dach läuft ein Hunter siehst du ihn? ja Headshot hatte ich auch gerade im Visier passt schon der liegt da wunderbar ich sehe ihn oh mein gott oh man ich saß fest in der Ecke der ist jetzt auf der anderen Seite so ein bisschen oben Headshot ok ich sehe einen hier an der Mauer wollen wir beide auf ist tot ist tot ich hatte einen perfekten Headshot Platz auf ihn also ich hab einen und jetzt raus hier der war nämlich nicht alleine und ich bin lowlife ich bin gleich tot ich hab dann drücken was hab dich da getroffen? schalgenämpfte Waffe ok natürlich hab mich die Spinnen erwischt was? Spinne lauf mich in Ruhe ok wir sind alleine durch das Treppengeländer kann ich nicht ballern er blutet ich komm hier nicht weg der ist tot ja ja aber da kommt vielleicht noch einer wirklich? One Shot? Nein Headshot natürlich was sonst mit der Armbrust habe ich ihn eure Waffen gehen nicht durch Stein einer Tote liegt da da muss ich jetzt pushen wenn ich es mit einer Feuerbombe einer liegt da tot mhm sein Buddy ist aber auch da ne hier da unten der läuft da gerade hin hab ihn mit der Armbrust getroffen und er brennt ich sehe ihn nicht er ist tot easy ich bin alleine hab ein der zweite ist immer noch da draußen an die komme ich nicht ran hab beide bin aber tot Spieler Spieler hier einer ist tot aber ich muss mich kurz heilen ich hab ein Leben Vito jetzt ist die Frage waren es ein oder zwei ich hab nur einen gesehen noch einer mit einer Schrotflinte noch einer mit einer Schrotflinte ich muss mich heilen der ist voll live Schrotflinte einer ich geh hinten rum schieß ja wo ist denn der? ist reingelaufen oh ist tot aber da ist Jäger stärker je nach Revolver der klettert da gerade in das Holz rein äh in das Komplex rein mhm soll ich auf ihn schießen oder wo nicht? ich hab keine Sicht von hier ich kann dir da nicht helfen tot da ist noch ein Jäger du musst schnell nach vorne kommen hier sind mehrere da, ok der ist tot ja ja ich sehe ihn er schaut ich hab auch geschossen um sicher zu gehen dann kommt ihr den Kollegen ja aufs Fenster war das nächste Mal lass mich mal schießen ich hab ich steh gerade zu ihm versuchte du die anderen im Auge zu behalten kurz das wird schwierig ja ok weil da ist überall Wald burschen scheiß ja ich höre hinter mir was das macht mir gerade mehr Sorgen im Wasser oh da, ich seh ihn da läuft jemand unten lang der versucht gerade das Gebäude rein ich glaub das sind die Kollegen die wir da hinten gesehen haben ich hab ihn angeschossen aber er müsste noch leben ich seh hier hinten gar nichts was das war ein Headshot was das war ein Headshot ich wollte bang ein bisschen rein hinter dem Haus glaube ich oder in dem Haus eine tot? nein nur getroffen die sind glaube ich im oder hinter dem Haus also aufpassen einer getroffen wieder hinter dem Haus die sind drin die sind drin die wissen dass ich hier vorne bin einer ist down? ja das waren wir ja ich weiß Uppercut ich muss nachladen das ist mein Problem boom baby wir sind alleine gerade Shotgun Revolver wins die sind gar nicht im Compound da dran los einer ist tot ich lass da drin eine Hive raus ja also ein Fass mit Bienen ja natürlich was sonst ich lass mich schnell aufheben jup der hat die Bombenlanze hab ihn we are alone der hat die Bombenlanze oh mein Gott was für ein Teil gleich hier bei mir beim Hinweis hab ihn ein ich hör hier jemand im Matsch laufen da glaube ich da oben auf dem Dach sehe ich einen einer ist tot mhm ich pushe zur Leiche what the fuck andere Seite ich hab die hier eeeet tot dir den runter gesprungen nein der sitzt da noch im Haus ne der ist weg ist weg die sind runter gesprungen pass auf die sind irgendwo im Wasser die laufen im Matsch rum die kommen eine Leiter hoch Headshot oh mein Gott er hat bei der Leiter gepiekt das war so hilarious pushen der andere ist hier oben im Haus die hab ich ihn erwischt ich weiß nicht ob er tot ist ich hab einen Sound gehört glaube ich er läuft noch hab ihn weg da ja hab einen und da hinten ist noch einer das war nicht der einzige hier sehe ich nicht mehr was der Headshot da sind immer noch welche pass auf da oben drin mhm oh ich seh ihn Headshot Baby B 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